RB Leipzig hat einen neuen Sportdirektor. Das sorgt für einen heftigen Shitstorm. Max Eberl ist zurück in der Bundesliga. Ihr habt's alle mitbekommen. Er wechselt die Seiten. Von Borussia Mönchengladbach, einem Traditionsverein, zu RB Leipzig, einem Kommerzverein. Was krass daran ist, Eberl hat das Konstrukt oft kritisiert. Das Farmclub-Netzwerk und die hohen Transferausgaben haben ihn geärgert. Tja, das Internet vergisst nicht. Genau diese Aussagen fallen ihm auf die Füße. Im Stadion wurde er heftig beschimpft. Über diese Banner müssen wir dringend mal reden. Viele Fans sagen, Eberl ist ein Heuchler und tritt seine eigenen Werte mit Füßen. Aber stimmt das? Die Diskussion ist sehr emotional. Lasst uns deshalb lieber auf die Fakten blicken und die analysieren. Also, los geht's. Bei einer Sache stimmt mir mit Sicherheit jeder zu. Max Eberl ist einer der besten deutschen Manager. Ohne ihn wäre Borussia Mönchengladbach wahrscheinlich kein Top-6-Klub. Das Ende ist leider unschön gewesen. Hier mal ein kurzer Rückblick. Januar 2022, die emotionale Pressekonferenz von ihm. Eberl meinte, dass er keine Kraft mehr für den Job hat. Er sei mental erschöpft und müde. Er wollte mit dem Fußball nix mehr zu tun haben. In der Bundesliga wird selten Schwäche gezeigt. Gerade deshalb sollte man, finde ich, den größten Respekt vor so ner Beichte haben. Jetzt geht's ihm wieder gut. Und er wechselt zu RB Leipzig. Viele Gladbacher sind enttäuscht. Die Fanszene hat sogar nen offenen Brief veröffentlicht. Geh mal da mal die Vorwürfe durch. Punkt eins ist die Krankheit. Eberl sei ein Schauspieler und eben nicht ehrlich. Er sei mental gar nicht fix und fertig gewesen, sondern habe das nur als Vorwand genutzt. Fakt ist, für diesen Vorwurf gibt's keinen Beweis. Ganz im Gegenteil. Das Thema mentale Gesundheit ist bei ihm bei Weitem nix Neues. Max Eberl hatte Anfang 2021 nen kompletten Monat Urlaub, um sich auszuruhen. Er war allein auf ner Hütte in den Bergen, ohne viel Kontakt zur Außenwelt. Im Profifußball ist so ne lange Auszeit sehr untypisch. Das macht man eigentlich nicht als Manager. Man arbeitet sieben Tage die Woche. Das Handy klingelt nonstop. Der Druck, unbedingt Erfolg haben zu müssen, ist riesig. Da ist es total verständlich, dass er irgendwann mal mental am Boden liegt. Das ist menschlich. Von daher, ihm vorzuwerfen, er sei ein Schauspieler, blendet die extrem hohe Arbeitsbelastung aus. Und deshalb finde ich diesen Vorwurf komplett drüber. Punkt 2. Der Wechsel wurde vorbereitet. Ja, das Gerücht, dass RB Leipzig an ihm dran war, gab's schon länger. Ist ja logisch, man war gerade auf der Suche nach nem neuen Sportchef. Aber, und das ist der springende Punkt, bei dieser emotionalen Pressekonferenz hatte Eberl die Meldung noch dementiert. Es gehe ihm nicht um Fußball, sondern um den Menschen. Auf mich wirkt er wie ein geradliniger Manager, dem man glauben kann. Fakt ist aber auch, RB hatte wirklich schon früh an ihm Interesse. Geschäftsführer Oliver Minzlaff hat das bestätigt und dann noch erklärt, wie es zur Verpflichtung kam. Zwei bis drei Wochen nach dieser Pressekonferenz meldete er sich angeblich bei Eberl, aber bis dann noch auf Granit. Es gab ne ganz klare Absage. Im Mai gab's dann laut ihm die nächste Anfrage, aber wieder ne Absage. Minzlaff soll hartnäckig gewesen sein, hätte immer wieder nachgehakt. Und im Sommer ging die Tür dann wirklich nen Spalt auf. Halt mal fest, dass RB Leipzig mit Max Eberl bzw. dessen Berater im Winter ernsthafte Verhandlungen geführt hat. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür gibt's halt auch keine Beweise. So, Punkt drei, die Kritik am Konstrukt. Ja, als RB Leipzig in die Bundesliga aufgestiegen ist, hat er klare Kante gezeigt und sich positioniert. Max Eberl ist stolz darauf, ohne externe Hilfe Borussia Mönchengladbach aufgebaut zu haben. Der RB Leipzig ist halt das krasse Gegenteil. Deshalb hat er 2016 das hier gesagt, Zitat. Was mich an RB stört, ist dieses Geschiebe von Spielern von Salzburg nach Leipzig. Das hat für mich einen faden Beigeschmack, weil sie im Grunde zwei Kader haben. Ja, da hat er definitiv recht. RB profitiert extrem von diesem Farmclub-Netzwerk. Insgesamt 19 Spieler sind bis heute von Salzburg nach Leipzig gewechselt. Dazu kommen ja noch die anderen RB-Klubs aus den USA und Brasilien. Für die anderen Bundesliga-Vereine ist das ein riesengroßer Nachteil, zum Beispiel auch für Borussia Mönchengladbach. Sie können eben nicht aus diesem riesigen Talente-Pool fischen. Für sie ist es schwerer, an Talente ranzukommen. Deshalb ist Max Eberl so deutlich geworden. Tja, jetzt rächt sich das. Diesen Vorwurf kann ich von den Fans total nachvollziehen. Erst kritisiert Eberl das Konstrukt, jetzt profitiert er selbst davon. Das ist Doppelmoral. So, 2017 hat er dann noch einen draufgelegt und das hier gesagt, Zitat. RB Leipzig braucht scheinbar kein Geld einnehmen. Das zeigt ja schon ein einfacher Blick auf das Transferdefizit mit der vergangenen vier Jahre. RB gab, wie man hören konnte, etwa 150 Millionen Euro für Spieler aus und nahm im Gegenzug kaum etwas ein. Ja, das stimmt. Als RB Leipzig in die Bundesliga aufgestiegen ist, hat man viel Geld in die Hand genommen. Das Ziel war, sofort ein Top-Klub zu sein. So ist man direkt an der Konkurrenz vorbeigezogen bzw. Vizemeister geworden. Für Borussia Mönchengladbach war das schlecht. Und das ist wichtig, sich für den Europapokal zu qualifizieren, wurde deutlich schwerer. Da ging's im Verein auch um viel Geld. Max Eberl hatte zu der Zeit mit seiner Kritik komplett recht. Aber, und das ist halt wichtig zu sagen, mittlerweile haben sich die Transferausgaben normalisiert. Schaut mal, das ist die Bilanz seit dem Bundesliga-Aufstieg. Das sieht man schon ne deutliche Entwicklung. Oft wird sogar mit Transfers mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Für den Kontext ist das wichtig. Und man könnte sagen, RB hat sich da verbessert. Bei all der Kritik hat er aber auch immer wieder betont, dass dort sportlich gute Arbeit abgeliefert wird und man das respektieren sollte. Trotzdem, und das ist meiner Meinung nach echt wichtig, sollte Max Eberl dringend erklären, woher dieser Sinneswandel kommt. Vielleicht kann man ihn bzw. diesen Wechsel im Allgemeinen dann auch besser verstehen. Kommen wir zum Sportlichen. Max Eberl steht für gewisse Dinge, die bei RB Leipzig dringend nötig sind. Gehen wir die mal durch. Zum einen Kontinuität. Ihm ist wichtig, in Ruhe zu arbeiten und sich von Rückschlägen nicht verbiegen zu lassen. Der Trainer bspw. bekommt genug Zeit, um seine Ideen umzusetzen. Erst wenn's gar nicht mehr anders geht, wird er dann entlassen. Ziehen wir einen Vergleich. Bei Borussia Mönchengladbach ist ein Cheftrainer im Schnitt 706 Tage im Amt. Das sind ziemlich genau zwei Jahre. Da geht's jetzt natürlich nur um die E-Ball-Ära. Bei RB Leipzig wiederum sind es im Schnitt 440 Tage. Vor allem zuletzt ist das ein Schleudersitz gewesen. Es hat ne klare Linie gefehlt, wie man spielen will. Entweder Ballbesitz oder Umscheidfußball. Max Eberl ist ein strukturierter Mensch, der klare Leitplanken setzt. Das heißt, er will dem Verein ne Handschrift geben und sucht passend dazu nen Trainer aus. Eberl stärkt ihn an den Rücken, sowohl in den guten als auch in den harten Zeiten. Ein Beispiel, Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach. Als feststand, dass er den Verein verlässt, hagelte es Kritik und der Verein rutschte in ne Krise. Trotzdem zog Eberl das Ding mit ihm bis zum Ende durch, weil er sich nicht sicher war, ob's mit nem neuen Trainer automatisch besser wird. Jetzt treffen sie sich bei RB Leipzig wieder. Menschlich schätzen sich die beiden ja sowieso. Von daher gut möglich, dass dieses Duo lange da ist. Und die RB-DNA wird in Zukunft wahrscheinlich wieder besser zu sehen sein. Zum anderen geht's ums Transfergespür. Er hat nen guten Riecher für Talente. Max Eberl hat ja früher in ner Akademie gearbeitet, weiß also ganz genau, wie's dort ist. Das passt zu RB Leipzig perfekt. Er hat selbst mal gesagt, 80 Prozent im Fußball ist planbar. Und sein Anspruch ist es, das noch mal zu optimieren. Klar, ein gutes Scouting ist dafür ganz entscheidend. Eber liegt oft richtig, wenn's um die Bewertung von Talenten geht. Sprich, wie groß ihr Potenzial ist. Da gibt's ein paar gute Beispiele. Marco Marien hat er aus der B-Jugend von Eintracht Frankfurt geholt. Da gab's im Verein die Diskussion, ob Ablösen für Talente überhaupt angemessen sind. Er hat sich durchgesetzt. Marien wurde Stammspieler und wurde später dann mit nem fetten Plus verkauft. Die Ablöse 8 Millionen Euro. Oder Marco Reus. Ihn hat er aus der zweiten Liga geholt. Auch da gab's im Verein die Diskussion, ob er die Ablöse überhaupt wert ist. Reus wurde Stammspieler und später mit nem fetten Plus verkauft. Die Ablöse 17 Millionen Euro. Ne große Stärke von ihm ist, Talente vom Verein zu begeistern, damit sie kommen. Diese menschliche Komponente darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Der große Unterschied zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig ist halt der Stellenwert. Max Eberl kann in Zukunft bessere Talente holen und sie vielleicht sogar länger am Verein binden. Der Grund liegt auf der Hand. Er kann ihnen ne deutlich bessere Perspektive bieten. RB spielt jedes Jahr in der Champions League. Die Borussia nicht. Von daher, auch hier wäre Kontinuität möglich, um mal etwas aufzubauen. Die RB-Spieler freuen sich anscheinend auf ihn. Kevin Kampel hat gesagt, dass man eine Anlaufstelle in der Chefetage braucht. Zitat, Wir brauchen jemanden, der einen guten Draht zur Mannschaft hat, die Schwingungen wahrnimmt und einordnen kann. Ja, bei der Kaderplanung muss ich definitiv was tun. Ich finde, der Kader ist sehr ungleich verteilt. Im Zentrum sind viele Spieler mit hoher Qualität. Auf dem Flügel ist man dafür ziemlich dünn besetzt. Also da fehlt, finde ich, das Gleichgewicht. Von daher, die sportliche Kompetenz wird RB Leipzig helfen, für den Verein ist die Verpflichtung von Eberl wie ein Sechser im Lotto. Was mich überrascht hat, ist die Härte der Kritik an diesem Wechsel. Klar, Max Eberl hat Borussia Mönchengladbach geprägt, insgesamt 23 Jahre lang. Erst als Spieler, dann als NLZ-Chef und dann als Sportdirektor. Die Enttäuschung von den Fans ist komplett nachvollziehbar. RB ist ja eh das größte Hassobjekt im deutschen Fußball. Aber es geht halt um die Art und Weise, wie man es dann macht. Bei den Bannern im Stadion beispielsweise haben sie meiner Meinung nach eine Grenze überschritten. Schauen wir uns das mal an. Ein Hurensohn-Verein stellt nur Hurensöhne ein. Oder Niemand hier wird je vergessen, wo wir herkommen und wo du hingehst, du charakterloses Arschloch. Oder Monate lang ist Gepoker mit einem Konstrukt ohne Seele. Max Eberl, dein Sinneswandel macht uns krank. Über diese Vorfälle habe ich in der neuen Folge Bolzplatz auf dem Sportstudio Fußball Kanal ausführlich geredet. Zu Gast Patrick Ittrich, der bei diesem Spiel Schiedsrichter war und dafür sorgte, dass die Banner abgehängt werden. Und Thomas Kessen, der Sprecher bei der Fanvereinigung Unsere Kurve ist. Da ist eine tolle Diskussion entstanden. Das Video verlinke ich euch dann später in der Endcard. Ziehen wir ein Fazit. Was mich etwas irritiert ist, Max Eberl wird gerade als klassischer Traditionalist dargestellt, der seine eigenen Werte verkauft. Aber da müssen wir die Frage stellen, ist er das überhaupt? Ich finde, nee, eigentlich nicht. Eberl wirkt eher wie ein Pragmatiker, der sich an die Zeit anpasst. Der Fußball hat sich verändert und das akzeptiert er. Investoren sind beispielsweise kein Tabuthema mehr für ihn. 2020 hat er nämlich das hier gesagt, Zitat, Es kann durchaus sein, dass Europa ein utopisches Ziel für uns wird, wenn immer mehr Vereine immer kreativere Wege finden, sich finanziell aufzustellen und wir auf unserem Weg bleiben. Oh, Investoren bei Borussia Mönchengladbach? Laut ihm muss man sich zumindest mal Gedanken darüber machen. Wie gesagt, er ist stolz auf diesen Weg, ohne externe Hilfe erfolgreich geworden zu sein. Aber das wird halt immer schwerer. Bei RB Leipzig zu arbeiten, ist deshalb kein Widerspruch zu seinen Werten. Er akzeptiert halt, wie der moderne Fußball funktioniert. Dazu kommt, RB Leipzig ist der nächste logische Schritt in seiner beruflichen Karriere. Das Konzept Ausbildungsverein liegt ihm sehr gut. Da passt ein altes Zitat von ihm, in dem er Gladbach beschrieben hat. Das ist ein Verein, der Emotionen ausstrahlt, der sehr gute Strukturen hat, finanzielle Möglichkeiten besitzt und eine herausragende Jugendarbeit betreibt. Das ist etwas, worauf ich immer Wert legen werde. Okay, bei den Emotionen gibt's leichte Abstriche. Das Umfeld in Leipzig ist doch deutlich ruhiger. Beim Rest passt es aber wie die Faust aufs Auge. Ich finde, Max Eberl ist kein Heuchler. Jeder darf frei entscheiden, wo er arbeiten möchte. Ihr, ich und auch er. Zum einen passt das Klubkonzept zu ihm, er mag's mit jungen Spielern zu arbeiten. Zum anderen gibt's kaum freie Jobs im deutschen Profifußball. Da ist RB halt gerade am attraktivsten. Vielleicht haben einige Fans gehofft, dass Eberl nach der Pause zurück nach Gladbach kommt, weil er ja noch nen laufenden Vertrag bis 2026 hatte. Aber warum sollte er dorthin gehen, wo er sich mental aufgerieben hat? Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Mal was Neues auszuprobieren, ist doch völlig verständlich. Also, ist der Abschied von Eberl in Gladbach schön gewesen? Nee, alle Seiten haben sich das mit Sicherheit anders vorgestellt. Muss man als Fan den Wechsel zu RB Leipzig gut finden? Nee, definitiv nicht. Und kann man Eberl für alte Aussagen kritisieren? Klar, jeder kann seine Meinung sagen. Wichtig wäre halt, das in einem anständigen Ton zu machen und fair zu bleiben. Das hat Eberl meiner Meinung nach nach dieser tollen, erfolgreichen und auch langen Zeit in Gladbach definitiv verdient. Am Ende will ich noch sagen, mich freut's, dass es Max Eberl wieder gut geht und er im Dezember zurück in der Bundesliga ist. Wie gesagt, über die Fan-Banner beim Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig haben wir diskutiert. Die Bolzplatz-Folge ist online, hier findet ihr sie. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsch ich gut Kick, haut rein und ciao. –